Ich habe mich für den Maurerberuf entschieden, weil ich als Kind schon immer mit dem Maurer zu tun hatte. Mein Vater und mein Onkel sind bei uns auch in der Firma. Mein Onkel ist Bauleiter, mein Partner ist Polier. Und ich war schon von Kind auf an mit dem Beruf um Wirrung. Und mich hat das immer fasziniert, dass ich mit einzelnen Steinen wirklich ein großes Gebäude bauen kann, mit Beton, mit Eisen und Stahl. Das ist faszinierend. Passt! Passt!